Der FC Bayern hat nun also den ablösefreien Transfer von Konrad Leimer von RB Leipzig nach München bekannt gegeben. In diesem Video werde ich einfach mal den Transfer so ein bisschen analysieren, aber vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass der FC Bayern eben einen Sechser gesucht hat und der Frage, ob er nun die Lösung für das Problem ist. Zunächst einmal überflügelt Leimer, was Pressing-Aktionen und auch Zweikämpfe angeht, alle anderen Bayern-Mittelfeldspieler, wie wir es eben hier sehen können. Das Ganze ist von Taisto, FCB von Twitter, macht auf jeden Fall gute Tweets, kleines Shoutout. Und zwar sind da alle Bayern-Mittelfeldspieler aus der Saison 19-20 und auch Gravenberg wurde hinzugefügt und wir sehen halt eben Leimer rechts oben, überragt in den beiden Statistiken einfach enorm und ist deutlich stärker wie die anderen Mittelfeldspieler von Bayern. Dafür ist er dann in den anderen Defensivstatistiken extrem schwach, wenn wir jetzt mal die aktuellen Statistiken auf FB Ref von ihm anschauen, also von den letzten 365 Tagen. Vor allem die abgefangenen Bälle sehe ich da ein bisschen problematisch, denn das Ganze hier zeigt, dass er richtig gut nach vorne verteidigt, aber jetzt vielleicht nicht der Beste im Tiefenverteidigen ist, wie jetzt zum Beispiel ein Weltklasse-Sechser wie Casemiro, der da wirklich alle Löcher vor der Abwehr stopft. Aber man muss halt auch die Spielweise vergleichen und so wird er bei Bayern deutlich seltener Tief verteidigen müssen, wie er es jetzt bei Leipzig macht. Andererseits suchen die Bayern genau so einen Sechser, der in den wichtigen Spielen alles abräumt, wie eben damals Javi Martinez. Leimer hingegen hat auch so wenige abgefangene Bälle, da er häufig mit seinem Tempo bei Offensivaktionen mitmacht und dann halt eben auch in die Tiefe stößt und dementsprechend dann eben nicht seine Position auf der Sechs hält. Und das Ganze sieht man auch daran, dass er viele progressive Pässe erhält, also den Ball auch dann gut nach vorne treibt, aber dann halt dementsprechend hinten fehlt. Des Weiteren sieht man, dass er nicht unbedingt der beste Passgeber ist, aber das muss ja auch nicht sein, wenn er jetzt beispielsweise neben Kimmich spielt, der darin eben Weltklasse ist und man kann die Kompetenzen auch durchaus verteilen, also es müssen nicht beide beides können und es ist gar nicht mal so schlecht, wenn die sich da so ein bisschen ergänzen, der eine eher für die Zweikämpfe, der andere dann eher für die Ballverteilung im Aufbau, also das ist gar nicht mal so schlecht. Des Weiteren sieht man, dass sein Offensiv-Output auch recht stark ist, zum Beispiel hat er echt gute Distanzschüsse drauf, aber er hat auch einen guten Expected Assists Wert im Gegensatz zu seinen tatsächlichen Vorlagen, also das heißt, seine Vorlagen sind eigentlich besser, wie die Zahl seiner reinen Vorlagen vermuten lässt, da halt die Mitspieler seine Vorlagen eher schlechter verwertet haben. Also das Ganze wird dann bei Bayern auch mit besseren Mitspielern steigen, zumindest kann man davon im Grunde ausgehen, wenn sie jetzt wieder keinen Stürmer holen und dann die Flügel weiter die Chancen vergeben, dann natürlich nicht, aber das ist natürlich eine ganz andere Thematik. Kommen wir nochmal zu Leimer zurück, dann waren das Ganze jetzt die Erkenntnisse von seinem Spielertyp aktuell, beziehungsweise im vergangenen Jahr, aber ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, wie es bei ihm in seiner wohl besten Saison war, nämlich wie vorhin angesprochen in der Saison 2019-20 unter Nagelsmann bei Leipzig und da seht ihr jetzt auch mal hier seine Statistiken von FB Ref für diese Saison und das sieht er tatsächlich wie ein komplett anderer Spieler aus, ebenfalls stark im Nach-Vorne-Verteidigen, aber er hatte eine deutlich konservativere Rolle, dadurch hat er zwar viel weniger Offensiv-Aktionen und Offensiv-Output, aber eben viel mehr Bälle abgefangen und gezeigt, dass er es auf jeden Fall kann, wenn es von ihm verlangt wird. Zudem waren seine Pass-Statistiken auch deutlich besser, was sich aber auch mit dem Fußball von Nagelsmann erklären lässt, der mehr Ballbesitz haben möchte, wie jetzt beim klassischen RB-Fußball. Abschließend kann man sagen, dass Leimer nun eben nicht zu seinem Förderer Nagelsmann kommt, aber wohl zu Tuchel, so wie es aktuell aussieht, der ihn anscheinend auch zu Chelsea lotsen wollte, also der hatte durchaus auch Interesse an dem Spielertyp Leimer und nun wird es auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wie Tuchel ihn einsetzen wird, aber Leimer hat auf jeden Fall gezeigt, dass er verschiedene Rollen im Mittelfeld spielen kann, zur Not könnte er auch Rechtsverteidiger spielen, ich würde mich da gar nicht wirklich auf die eine ideale Rolle festlegen wollen, im Mittelfeld, und denke, man sollte das je nach Gegner variieren, so kann er dir gegen Top-Gegner in der Champions League als defensiver Abräumer helfen, aber situativ auch wie in der Liga als dynamischer Sechser den Ball nach vorne treiben und mit Kimmich sollte er in dem Fall, denke ich, auch gut harmonieren und die Bayern im Mittelfeld in der Breite und um einen weiteren extrem flexiblen Spielertyp erweitern. Die Paarung Leimer-Kimmich sehe ich aktuell sogar eher wie Goretzka mit Kimmich, da die beiden sich eher so ein bisschen gegenseitig einschränken, was dann aber eben auf jeden Fall auch ein Aus von Gravenberg bedeuten würde, wenn man jetzt nicht auf ein Dreier-Mittelfeld umstellt, was ich aber für sehr unwahrscheinlich halte, außer man verkauft jetzt Goretzka oder so, aber da kann ich natürlich nicht näher in die Kaderplanung einblicken. Alles in allem ist Leimer eine gute Ergänzung, auch wenn ich mir einen herkömmlicheren Sechser gewünscht hätte, der auch ein bisschen mehr Physis mitbringt, also Leimer ist da schon ein Zweikampfmonster und haut sich überall rein, aber jetzt physisch ist er nicht der Stärkste, nicht ganz so groß, also hat ja auch durchaus seine Schwächen im Kopfballspiel und da hätte ich mir durchaus einen anderen Spielertyp gewünscht. Andererseits ist es natürlich auch die Frage von der Verfügbarkeit, wen man holen könnte und da muss ich sagen, gemessen am Markt hat man hier glaube ich im Verhältnis zum Preis mit die beste Option verpflichtet. Das also soweit meine Einschätzung zum Transfer von Konrad Leimer zum FC Bayern München. Was sagt ihr zum Transfer? Teilt ihr meine Einschätzung? Seid ihr anderer Meinung? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal.